Der Prolog von Orit vom 7. Oktober Gedenken Die heiligen Märtyrer Sergius und Bacchus Diese heiligen und wundervollen Märtyrer und Helden des christlichen Glaubens waren zuerst Adelige am Hof des Kaisers Maximian. Der Kaiser selbst schätzte sie zuerst wegen ihres Mutes, ihrer Weisheit und Treue. Doch als der Kaiser hörte, dass diese beiden heiligen Christen waren, verwandelte sich seine Liebe in rasende Wut. Als einmal ein großes Operfest an die Götzen stattfand, verlangte der Kaiser, dass Sergius und Bacchus mit ihm Opfer darbringen sollten. Doch sie weigerten sich öffentlich, dem Kaiser darin zu gehorchen. Außer sich vor Wut befahl der Kaiser, sie ihren militärischen Würden, Ringe und Abzeichen zu entkleiden und sie in Frauenkleider zu stecken. Dann legte er ihnen eiserne Reifen um den Hals und ließ sie durch die Straßen der Stadt rumführen, damit sie von allen verschwartet würden. Danach schickte er sie zur Folter zu Antochius, seinem Stadthalter in Assia. Antochius war in seiner Stellung durch die Hilfe von Sergius und Bacchus aufgestiegen, da sie ihn einmal dem Kaiser empfohlen hatten. Als Antochius sie drängte, Christ zu verleugnen und sich vor unehrenhaften Leiden und Tod zu retten, erwiderten diese Heiligen, Ehre und Unehre, Leben und Tod. Alles ist dasselbe für denjenigen, der das Himmelreich sucht. Antiochus warf Sergius ins Gefängnis und ordnete an, Bacchus zuerst zu foltern. Seine Günstlinge wechselten sich daran ab, den Heiligen Bacchus zu schlagen, bis sein ganzer Körper zerschmettert war. Bacchus' heilige Seele verließ diesen zerschlagenen und blutigen Körper und auf den Händen der Engel wurde er zum Herrn getragen. Der heilige Bacchus erlitt das Materium in der Stadt Barbalisos. Dann wurde der heilige Sergius herausgeführt. Seine Füße wurden in eiserne Schuhe gezwängt, die innen mit spitzen Nägeln besetzt waren. Man zwang ihn, mit diesen Schuhen zur Stadt Rhozfa in Syrien zu gehen, wo er mit dem Schwert enthauptet wurde. Seine Seele trat hinüber ins Paradies, wo er zusammen mit seinem Freund Bacchus den Kranz ewiger Herrlichkeit von Christos, dem Herrn und König, empfing. Diese beiden wunderbaren Ritter des christlichen Glaubens erlitten das Materium um das Jahr 303. Der heilige Märtyrer Polichonius wurde in der Region von Gamfanitus geboren. Seine Eltern waren Bauern. Als junger Mann arbeitete er als Tagelöhner im Weinberg eines Mannes aus Konstantinopel. Doch auch als Tagelöhner widmete er sich Polichonius Tag und Nacht dem asketischen Leben des Gebets und Fastens. Der Winzer, der sein Leben engelhaft in seiner Reinheit und in Heilsamkeit sah, war verwundert und gab ihm mehr Geld, als er verdient hatte. Der heilige Polichonius nahm das Geld und baute eine Kirche. Während des Konzils in Nicaea von 325 nach Christus war Polichonius ein Leser in der Kirche. Er bewies so großen Eifer darin, die Orthodoxie gegen die Arianer zu verteidigen, dass es zum Priester geweiht wurde. Später nahmen diese boshaften Heretiker Rache an dem heiligen Polichonius, ergriffen ihn in der Kirche und schnitten ihn in Stücke. So erlitt dieser große Verteidiger der Wahrheit und Reinheit der Orthodoxie, das Materium und dem Fliegen vom Herrn den Kranz der Herrlichkeit. Lobeshymne Die heiligen Märtyrer Sergius und Bacchus Diese fürstlichen Männer Sergius und Bacchus dienen dem König, doch nicht dem irdischen, sondern Christus, dem unsterblichen König. Der irdische König verhöhnte die Heiligen, nahm ihnen die Gürtel ab. Doch der Herr gürtete sie mit Stärke. Der Kaiser nahm ihnen die Toga der Adigen ab. Doch der Herr kleidete sie schöner in das unverwesentliche Geband der Unsterblichkeit. Der Kaiser nahm ihnen die Ringe von der rechten Hand, doch der Herr gab ihnen Prachtvolle, indem er ihre Seelen mit sich selbst vermählte. Der Kaiser verstieß sie von seinem Hof, doch Gott hieß sie in seinem himmlischen Palästen willkommen. Die Erde marterte sie, doch der Himmel gab ihnen Ruhe. Der Zerfall weiß die Reinhardt von sich, das Böse weiß das Gute von sich. Doch die heiligen Sergius und Bacchus gaben alles Irdische der Erde zurück. Ihre heiligen Seelen aber übergaben sie Gott. Obwohl aus dem irdischen Königreich verbannt, erleuchten sie nun die Erde. Durch ihr Leiden überwinden sie die Bosheit. Durch ihren Tod für das Kreuz sind sie verherrlicht. Als Sieger über die Mächte der Finsternis zeigen sie uns den Weg zum Sieg. Betrachtung Eine Vision des heiligen Andreas Einmal saß der heilige Andreas mit seinem Schüler Epiphanius zusammen und sprach über die Rettung der Seele. Da kam ein Dämon zu Epiphanius und begann, ihm eine Falle zu stellen, um seine Gedanken in eine andere Richtung zu lenken. Doch er wagte es nicht, sich Andreas zu nähern. Andreas schrie ihn wütend an. Fort mit dir, du unreiner Widersacher. Der Teufel prallte zurück und erwiderte Boshaft. Du bist der größte Feind, den ich in ganz Konstantinopel habe. Andreas vertrieb ihn nicht zugleich, sondern ließ ihn sprechen. Und der Teufel begann. Ich fühle, dass die Zeit kommen wird, in der mein Geschäft verfallen wird. In jener Zeit werden die Menschen schlimmer sein, als ich es jetzt bin. Und die Kinder werden in der Bosheit geschickter sein, als die Erwachsenen. Und ich werde mir dann Ruhe gönnen und den Menschen nichts mehr antun, denn sie werden von sich aus meinen Willen vollbringen. Andreas fragte ihn, über welche Sünden freuen sich deine Leute am meisten? Der Teufel antwortete, Götzendienst, Verleumdung, Böses gegen den Nächsten, die sodomitische Sünde, Trunksucht und Habgier. Dies bereitet uns am meisten Freude. Andreas fragte weiter, Und wie ertragt ihr es, wenn sich jemand, der euch gedient hat, von euch und euren Werken löst? Der Teufel antwortete, Du weißt das besser als ich. Wir finden es hart zu ertragen und tun unser Äußerstes, um ihn zurückzubringen, Denn viele, die sich von uns gelöst und Gott zugewandt haben, kommen zu uns zurück. Als der böse Geist dies und vieles andere gesagt hatte, blies in der heilige Andreas an und er verschwand. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über die Gerechtigkeit des Königs Josia und über Gottes Belohnung. 2. Chronik 34 Wie König Josia die Götzenbilder zerstörte und tat, was vor dem Herrn Recht war. Wie sich Gottes Segen auf ihn und sein Volk während seiner langen Regenschaft ergoss. Homilie Über Kinder und ihr Lob Gottes Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du dir Lob bereitet, um deiner Feinde willen. Psalm 8, Vers 3 Beim feierlichen Einzug des Herrn Christos in Jerusalem und danach in den Tempel selbst riefen die Kinder, Hosanna dem Sohn Davids, gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Matthäus 21 Es sieht so aus, dass nichts den hebräischen Ältesten so sehr missfiel, wie der Lobpreis Jesu von Seiten der kleinen Kinder. Hörst du, was sie rufen? Fragten sie ihn mit böser Absicht und der Herr antwortete ihnen sanft. Habt ihr nie gelesen? Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du dir Lob bereitet? Es ist klar wie der Mittag, dass sich die prophetischen Worte Davids auf dieses Wunder beziehen, die beim Eintritt des Herrn in Jerusalem stattfand. Auf diesen wundervollen Lobpreis des Herrn durch kleine Kinder. Durch dasselbe Ereignis wird außerdem deutlich, dass das, was prophezeit wird, buchstäblich in Erfüllung geht. Und weiterhin ist klar, dass der Herr selbst in diesem Augenblick die Prophezeiung Davids auf sich bezog. Dass dies ein großes Wunder ist, inspiriert durch den Geist Gottes und durch den Willen und die Kraft Gottes verwirklicht, daran kann keine Zweifel bestehen. Während Fürstend und Schriftgelehrte und Älteste und Priester Christos den Herrn nicht zu erkennen vermochten, konnten ihn kleine Kinder erkennen und verkünden. Dies ist ein im ganzen Alten und Neuen Testament einzigartiges Wunder. Ein Wunder, das, wenn schon nicht größer als die Auferweckung der Toten, noch keineswegs geringer ist. Außerdem wurden das eine wie das andere Wunder des Ereignisses und seiner Prophezeiung durch ein und dieselbe Kraft Gottes vollbracht. Von der Tätigkeit desselben Geistes und durch dieselbe Vorsehung Gottes. Diese Macht und prachtvolle Entfaltung der Heiligkeit Gottes wurde vom Propheten in seiner Vorausschau dieser Begegnung mit den kleinen Kindern hervorgehoben, wobei er dieses Geschehen an die Seite der Schöpfung des wundervollen Sternenhimmels stellt, der von derselben Kraft Gottes geschaffen wurde. Zu den kleinen Kindern muss man außer diesen selbst auch die Apostel und die große Zahl an Heiligen, Mönchen, Mörtyrern und Jungfrauen, Tausende und Abertausende von ihnen zählen, die in Unschuld und Einfachheit des Herzens Christos als den Sohn Gottes und ihrer Erlöser anerkannten, ihn mit der ganzen Liebe ihres Herzens umfingen und um seinetwillen große Leiden auf sich nahmen. Warum bereitete sich der Herr das Lob von ihren Lippen und nicht von den Lippen der Aristokraten und Philosophen und Rhetoriker? Von den einen nahm es an wegen ihrer Sanftmut, von den anderen wies er es zurück wegen ihres Hochmuts. Denn die Hochmütigen sind die schlimmsten Feinde Gottes. Daher löste Christos auf wundersame Weise die Zungen der Kinder und einfacher Fischer und Bauern, damit sie die Wahrheit im Angesicht ihrer Feinde, der Hochmütigen und Fürsten und Schriftgelehrten Jerusalems verkündeten. O Allmächtiger Herr Gott, löse auch unsere Zungen, damit wir mit starkem Glauben und kindlicher Freude deine unendliche Herrlichkeit verkünden. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amen.